Die buddhistische Tradition kennt unterschiedliche Meditationsmethoden. Dazu gehören die sechs Betrachtungen über den Buddha, über seine Lehre, über seine Gemeinde, über das richtige moralische Verhalten, über die Freigebigkeit und über die überirdischen Wesen. Eine andere Übung besteht darin, die Welt mit Güte, mit Mitleid, mit Mitfreude und mit Gleichmut zu durchstrahlen. Von besonderer Bedeutung sind die Vertiefungen. Das sind durch intensive Konzentration auf ein einziges geistiges oder körperliches Objekt hervorgerufene Bewusstseinszustände. Die buddhistische Tradition kennt acht Stufen dieser Form der Meditation. Die Pali-Bezeichnung dafür ist Jhana und aus diesem Wort ist die japanische Bezeichnung Zen für Meditation abgeleitet. Als Kernstück der buddhistischen Lehrtradition wird die Meditationsmethode angesehen, die in dem nun vorgetragenen Lehrtext von den Grundlagen der Achtsamkeit beschrieben wird. Sie besteht in der Konzentration des Bewusstseins auf Vorgänge in der eigenen Persönlichkeit, also in einer rückhaltlosen Selbstanalyse und Selbsterkenntnis. Ausgangspunkt sind Atemübungen, aber die Betrachtung der Vergänglichkeit reicht bis hin zu den neuen Leichenfeldbetrachtungen. Maha Satipatthana Sutta Die größere Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit Der einzige Weg ist dies, o Mönche, zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trübsal, zur Verwirklichung des Nirwana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Welche vier? Da weilt, o Mönche, der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt bei den Gefühlen in Betrachtung der Gefühle, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt beim Geist in Betrachtung des Geistes, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Wie nun, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers? Da ist hier, o Mönche, der Mönch in den Wald gegangen, an den Fuß eines Baumes oder in eine leere Behausung. Er setzt sich nieder, mit verschränkten Beinen, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig haltend, und achtsam eben atmet er ein, achtsam atmet er aus. Den ganzen Körperempfindend werde ich einatmen, so übt er. Den ganzen Körperempfindend werde ich ausatmen, so übt er. Die Körperfunktion beruhigend werde ich einatmen, so übt er. Die Körperfunktion beruhigend werde ich ausatmen, so übt er. Gleich wie, o Mönche, ein geschickter Drechsler oder Drechslergeselle, wenn er lang anzieht, weiß, ich ziehe lang an, wenn er kurz anzieht, weiß, ich ziehe kurz an, ebenso, o Mönche, weiß da der Mönch, wenn er lang einatmet, ich atme lang ein, lang ausatmend weiß er, ich atme lang aus. So weilt er nach innen beim eigenen Körper oder er weilt nach außen beim Körper anderer in Betrachtung des Körpers. Oder er weilt nach innen und außen abwechselnd beim eigenen und fremden Körper in Betrachtung des Körpers. Die Dinge in ihrem Entstehen betrachtend weilt er beim Körper. Die Dinge in ihrem Vergehen betrachtend weilt er beim Körper. Die Dinge abwechselnd in ihrem Entstehen und Vergehen betrachtend weilt er beim Körper. Ein Körper ist da, so ist seine Achtsamkeit gegenwärtig, eben nur, soweit es der Erkenntnis dient, soweit es der Achtsamkeit dient. Unabhängig lebt er und an nichts in der Welt ist er angehangen. So auch, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, gehend weiß da der Mönch, ich gehe, stehend weiß er, ich stehe, sitzend weiß er, ich sitze, liegend weiß er, ich liege, wie auch immer seine Körperstellung ist, so eben weiß er es. So weilt er nach innen beim eigenen Körper in Betrachtung des Körpers. Oder er weilt nach außen beim Körper anderer in Betrachtung des Körpers. Oder er weilt nach innen und außen beim Körper in Betrachtung des Körpers. Die Dinge in ihrem Entstehen betrachtend weilt er beim Körper Die Dinge in ihrem Entstehen und Vergehen betrachtend weilt er beim Körper. Ein Körper ist da, so ist seine Achtsamkeit gegenwärtig, aber nur so weit es der Erkenntnis dient, so weit es der Achtsamkeit dient. Unabhängig lebt er und an nichts in der Welt ist er angehangen. So auch, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche. Da ist der Mönch beim Hingehen und Zurückgehen wissensklar in seinem Tun. Beim Hinblicken und Wegblicken ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Beugen und Strecken ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Tragen der Gewänder und der Schale ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Essen Trinken, Kauen und Schmecken ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Entleeren von Kot und Urin ist er wissensklar in seinem Tun. Beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Wachen, Reden und Schweigen ist er wissensklar in seinem Tun. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche. Da betrachtet der Mönch eben diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, den von Haut umschlossenen mit vielerlei Unreinheit gefüllten. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Darm, Weichteile, Magen, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Gewebesaft, Speichel, Nasenschleim, Gelenköl, Urin. Gleich wie da, o Mönche, ein beiderseitig offener Korb wäre, gefüllt mit verschiedenerlei Körnern wie Hülsenreis des Hoch- und Tieflands, Mugger- und Maserbohnen, Sesamkörnern und enthülstem Reis. Den möchte ein Mann mit guten Augen öffnen und betrachten, dies ist Hülsenreis des Hoch- und Tieflands, dies sind Mugger- und Maserbohnen, Sesamkörner und enthülster Reis. Ebenso, o Mönche, betrachtet der Mönch eben diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, den von Haut umschlossenen mit vielerlei Unreinheit gefüllten. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, da betrachtet der Mönch eben diesen Körper in seiner jeweiligen Stellung und Haltung nach den Elementen. Es gibt da in diesem Körper das Erdelement, das Wasserelement, das Hitzeelement und das Windelement. Gleich wieder, o Mönche, ein geschickter Schlechter oder schlechter Geselle, der eine Kuh geschlachtet und in Stücke zerlegt hat, sich an der Kreuzung vierer Straßen niedersetzt. Ebenso, o Mönche, betrachtet der Mönch eben diesen Körper in seiner jeweiligen Stellung und Haltung nach den Elementen. Es gibt da in diesem Körper das Erdelement, das Wasserelement, das Hitzeelement und das Windelement. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, als sähe der Mönch einen Körper auf das Leichenfeld geworfen, einen Tag nach dem Tode, zwei Tage nach dem Tode oder drei Tage nach dem Tode, aufgedunsen, verfärbt und verfaulend. Da wendet er es auf seinen eigenen Körper an. Auch dieser Körper ist so geartet, so beschaffen, wird dem nicht entgehen. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, als sähe der Mönch einen Körper auf das Leichenfeld geworfen, von Krähen zerfressen, von Adlern zerfressen, von Geiern zerfressen, von Hunden zerfressen, von Schakalen zerfressen oder von den vielerlei Würmerarten zerfressen. Da wendet er es auf seinen eigenen Körper an. Auch dieser Körper ist so geartet, so beschaffen, wird dem nicht entgehen. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Und weiter noch, o Mönche, als sähe der Mönch einen Körper auf das Leichenfeld geworfen, ein Knochengerippe, fleischbehangen blutig, von den Sehnen zusammengehalten, oder ein Knochengerippe, fleischentblößt, blutbefleckt, von den Sehnen zusammengehalten, oder ein Knochengerippe, ohne Fleisch, ohne Blut, von den Sehnen zusammengehalten, oder nur die Knochen, ohne Zusammenhalt, in alle Richtungen verstreut, hier ein Handknochen, da ein Fußknochen, da ein Beinknochen, da ein Schenkelknochen, da ein Hüftknochen, da ein Rückenwirbel, da der Schädel. Oder er sähe die Knochen gebleicht, muschelfarbig, oder sie jahrelang daliegend, oder die Knochen modernd, zu Staub geworden. Da wendet er es auf seinen eigenen Körper an. Auch dieser Körper ist so geartet, so beschaffen, wird dem nicht entgehen. So, o Mönche, weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers. Wie nun, o Mönche, weilt der Mönch bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, nämlich bei den sieben Gliedern der Erleuchtung. Da weiß hier, o Mönche, der Mönch, wenn in ihm das Erleuchtungsglied Achtsamkeit da ist, das Erleuchtungsglied Achtsamkeit ist in mir vorhanden. Er weiß, wenn in ihm das Erleuchtungsglied Achtsamkeit nicht da ist, das Erleuchtungsglied Achtsamkeit ist in mir nicht vorhanden. Wie es zur Entstehung des unentstandenen Erleuchtungsgliedes Achtsamkeit kommt, auch das weiß er. Wie es zur Entfaltung und Vollendung des entstandenen Erleuchtungsgliedes Achtsamkeit kommt, auch das weiß er. So auch von den Erleuchtungsgliedern Leerergründung, Tatkraft, Entzücken, Ruhe, Sammlung und Gleichmut. Er weiß von jedem, es ist in mir vorhanden oder es ist in mir nicht vorhanden. Wie es zur Entstehung jedes unentstandenen Erleuchtungsgliedes kommt, auch das weiß er. Wie es zur Entfaltung und Vollendung jedes entstandenen Erleuchtungsgliedes kommt, auch das weiß er. So, o Mönche, weilt der Mönch bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, nämlich bei den sieben Gliedern der Erleuchtung. Und weiter noch, o Mönche, da weilt der Mönch bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, nämlich bei den vier edlen Wahrheiten. Wie nun, o Mönche, weilt der Mönch bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, nämlich bei den vier edlen Wahrheiten. Da weiß hier, o Mönche, der Mönch der Wirklichkeit gemäß, dies ist das Leiden. Er weiß der Wirklichkeit gemäß, dies ist die Entstehung des Leidens. Er weiß der Wirklichkeit gemäß, dies ist die Aufhebung des Leidens. Er weiß der Wirklichkeit gemäß, dies ist der zur Aufhebung des Leidens führende Weg. Was nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden? Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Sterben ist Leiden, Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind Leiden, mit Unliebem vereint sein ist Leiden, von Liebem getrennt sein ist Leiden, nicht erlangen, was man begehrt ist Leiden, kurz gesagt, die fünf Gruppen des Anhangens sind Leiden. Dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden. Was nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens? Es ist dies jenes wieder Dasein erzeugende, bald hier, bald dort sich ergötzende Begehren, nämlich das sinnliche Begehren, das Daseinsbegehren und das Nichtseinsbegehren. Wo aber entsteht dieses Begehren? Wo fasst es Wurzel? Bei den lieblichen und angenehmen Dingen in der Welt, da entsteht dieses Begehren, da fasst es Wurzel. Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist, Formen, Töne, Düfte, Säfte, Körpereindrücke und Geistobjekte sind etwas Liebliches und Angenehmes. Bewusstsein, Bewusstseinseindruck, aus dem Bewusstseinseindruck entstandenes Gefühl, Wahrnehmung, Wille, Begehren, Gedanken fassen und überlegen, die durch Formen, Töne, Düfte, Säfte, Körpereindrücke und Geistobjekte bedingt sind, alle diese sind etwas Liebliches und Angenehmes. Da entsteht dieses Begehren, da fasst es Wurzel. Dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens. Was nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens? Eben jenes Begehrens restlose Vernichtung und Aufhebung, sein Aufgeben, seiner Entäußerung, die Befreiung davon, das Nichthaften daran. Wo aber, ihr Mönche, gelangt jenes Begehren zum Schwinden, wo gelangt es zur Aufhebung? Was es da in der Welt an Lieblichem und Angenehmem gibt, dort gelangt jenes Begehren zum Schwinden, dort gelangt es zur Aufhebung. Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist, Formen, Töne, Düfte, Säfte, Körpereindrücke und Geistobjekte sind etwas Liebliches und Angenehmes. Bewusstsein, Bewusstseinseindruck, aus dem Bewusstseinseindruck entstandenes Gefühl, Wahrnehmung, Wille, Begehren, Gedanken fassen und überlegen, die durch Formen, Töne, Düfte, Säfte, Körpereindrücke und Geistobjekte bedingt sind, alle diese sind etwas Liebliches und Angenehmes, da gelangt dieses Begehren zum Schwinden, da gelangt es zur Aufhebung. Was nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von dem zur Leidensaufhebung führenden Pfade? Es ist dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Was nun ist rechte Erkenntnis? Das Erkennen des Leidens, das Erkennen der Leidensentstehung, das Erkennen der Leidensaufhebung, das Erkennen des zur Leidensaufhebung führenden Pfades, das gilt als rechte Erkenntnis. Was nun ist rechte Gesinnung? Entsagende Gesinnung, hasslose Gesinnung, friedfertige Gesinnung, das gilt als rechte Gesinnung. Was nun ist rechte Rede? Abstehen von Lügen, abstehen von Zwischenträgerei, abstehen von roher Rede, abstehen von törichtem Geplapper, das gilt als rechte Rede. Was nun ist rechtes Tun? Abstehen vom Töten lebender Wesen, abstehen von Aneignung fremden Eigentums, abstehen von unrechtem Wandel in Sinnenlüsten, das gilt als rechtes Tun. Was nun ist rechter Lebensunterhalt? Da gibt der edle Jünger einen verkehrten Beruf auf und erwirbt seinen Lebensunterhalt durch rechte Beschäftigung. Das gilt als rechter Lebensunterhalt. Was nun ist rechte Anstrengung? Da erzeugt der Mönch in sich den Willen, strengt sich an, setzt seine Tatkraft ein, spornt seinen Geist an und kämpft, um die noch nicht aufgestiegenen, üblen, unheilsamen Dingen nicht aufsteigen zu lassen, um die bereits aufgestiegenen, üblen, unheilsamen Dinge zu überwinden, um die noch nicht aufgestiegenen, heilsamen Dinge zum Aufsteigen zu bringen, um die bereits aufgestiegenen, heilsamen Dinge zu erhalten, nicht schwinden zu lassen, sondern zur Zunahme, Entwicklung, vollen Entfaltung zu bringen. Das gilt als rechte Anstrengung. Was nun ist rechte Achtsamkeit? Da weilt der Mönch beim Körper in Betrachtung des Körpers, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt bei den Gefühlen in Betrachtung der Gefühle, beim Geist in Betrachtung des Geistes, bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, eifrig, wissensklar und achtsam nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Das gilt als rechte Achtsamkeit. Was nun ist rechte Sammlung? Da verweilt der Mönch, abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von den unheilsamen Geisteszuständen, im Gewinne der von Gedankenfassen und Überlegen begleiteten, durch Abgeschiedenheit gezeugten, von Verzückung und Glück erfüllten, ersten Versenkung. Nach Stillung von Gedankenfassen und Überlegen aber, gewinnt er den inneren Frieden und die Einheit des Geistes, die von Gedankenfassen und Überlegen freie, durch Sammlung gezeugte und von Verzückung und Glücksgefühl erfüllte zweite Versenkung. Nach Abwendung von der Verzückung aber verweilt er gleichmütig, achtsam, klar bewusst und er empfindet in seinem Inneren ein Glück, von dem die Edlen sagen, glücklich weilt der gleichmütige, achtsame. Und so gewinnt er die dritte Versenkung. Nach Überwindung von Wohl- und Wehgefühl und zufolge des schon früher erreichten Schwindens von Frohsinn und Trübsal gewinnt er den leidlosen, freudlosen, durch Gleichmut und Achtsamkeit geläuterten Zustand der vierten Versenkung. Dies gilt als rechte Sammlung. Das, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von dem zur Leidensaufhebung führenden Pfade. So weilt er nach innen bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte. Oder er weilt nach außen bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte. Oder er weilt nach innen und außen bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte. Die Dinge in ihrem Entstehen betrachtend weilt er bei den Geistobjekten. Die Dinge in ihrem Vergehen betrachtend weilt er bei den Geistobjekten. Die Dinge in ihrem Entstehen und Vergehen betrachtend, weilt er bei den Geistobjekten. Geistobjekte sind da, so ist seine Achtsamkeit gegenwärtig, eben nur, soweit es der Erkenntnis dient, soweit es der Achtsamkeit dient. Unabhängig lebt er, und an nichts in der Welt ist er angehangen. So auch, ihr Mönche, weilt der Mönch bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, nämlich bei den vier edlen Wahrheiten. Wahrlich, ihr Mönche, wer auch immer diese vier Grundlagen der Achtsamkeit derart für sieben Jahre übt, bei dem ist eines von zwei Ergebnissen zu erwarten, entweder die höchste Erkenntnis bei Lebzeiten oder, wenn noch ein Haftensrest da ist, die Nichtwiederkehr, dahingestellt seien die sieben Jahre. Wer auch immer diese vier Grundlagen der Achtsamkeit sechs Jahre oder nur fünf Jahre oder nur vier Jahre oder nur drei Jahre oder nur zwei Jahre oder nur ein Jahr derart übt, bei dem ist eines von zwei Ergebnissen zu erwarten, entweder die höchste Erkenntnis bei Lebzeiten oder, wenn noch ein Haftensrest da ist, die Nichtwiederkehr. Dahingestellt sei das eine Jahr, wer auch immer diese vier Grundlagen der Achtsamkeit sieben Monate, sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, zwei Monate, einen Monat oder nur einen halben Monat derart übt, bei dem ist eines von zwei Ergebnissen zu erwarten, entweder die höchste Erkenntnis bei Lebzeiten oder, wenn noch ein Haftensrest da ist, die Nichtwiederkehr. Dahingestellt sei der halbe Monat. Wer auch immer diese vier Grundlagen der Achtsamkeit derart sieben Tage übt, bei dem ist eines von zwei Ergebnissen zu erwarten, entweder die höchste Erkenntnis bei Lebzeiten oder, wenn noch ein Haftensrest da ist, die Nichtwiederkehr. Der einzige Weg ist dies, o Mönche, zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trübsal, zur Gewinnung der rechten Methode, zur Verwirklichung des Nirwana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Also sprach der Erhabene. Befriedigt freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen. Befriedigt freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen.